Hallo, mein Name ist Florian Merteling. Ich bin Physiotherapeut und Personal Trainer. Durch mein Training führe ich untrainierte Personen an den Sport heran, verhelfe Sportlern zu mehr Leistungsfähigkeit und biete ein Gesundheitstraining sowie einen Ausgleich für beruflich hart arbeitende Menschen. Das Training kann von sehr entspannend bis wirklich anstrengend sein. Entspannt beispielsweise beim Pilates-Training oder leistungssteigernd beim Job oder TRX-Training. Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich an, schreiben mir eine Mail oder besuchen mich auf meiner Website unter www.personal-trainings.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frau Filipp perfectionist! Vielen Dank.